Liebe, ich wollte euch nur eben kurz Bescheid sagen, ein neues Video ist online und ich weiß, es ist kein Spooky Sunday, aber ihr wisst, ähm, ich und Spooky, ähm, ist irgendwie immer so ein Ding, ich hab keine Ahnung, ich zieh mir immer wieder dieses gruselige Zeug rein, ob er so freu ist, egal, schau es euch unbedingt an und, ähm, ja, ich wollte euch nur eben Bescheid sagen, dass, die Fluffy ist voll am durchdrehen, ne, sie liebt meine Haare, auf jeden Fall wollte ich euch nur eben Bescheid sagen, bitte nicht diesem komischen Welpen-Fake-Account folgen, darauf antworten, wenn ihr angeschrieben werdet, weil auf dem Welpen-Fluffy-Account, dem Originalen, verlose ich momentan was und die Verlosung geht auch noch, ich hab noch gar nichts ausgelost und wenn, dann schreibe ich auch nur über diesen Account an, keinen anderen und grundsätzlich, fallt bitte nicht auf, immer checken, von was für einem Profil ist das, wenn das neu erstellt wurde, das sieht man ja, null Beiträge oder privat oder einfach übernommen und ganz komisch, bitte nicht darauf reinfallen, äh, ich hatte das ja auch schon auf diesen Account geschrieben, passt bitte grundsätzlich auf, wo ihr da raufklickt, und so, das liegt mir wirklich ganz doll am Herzen, klickt da nicht irgendwo drauf, ähm, gebt nicht eure Daten weiter und so weiter, ich weiß auch gar nicht, was in den Köpfen von einigen vorgeht, so kackendreist zu sein, äh, einfach irgendwie so die Bilder zu nehmen, dann hochzuladen, sich als Mann selbst auszugeben und dann auch hier irgendeine Fake-Verlosung zu starten, ich hab keine Ahnung, was bei den Leuten abgeht, aber die sollten sich echt schämen dafür, und, ähm, ja, das Beste ist einfach ignorieren, die Person melden und danach blocken. Das war's.